Lecker, wie hast du die denn gemacht? Och, einfach gut abgeschnitten. Neu, frische Teige von Sanella, fertig aus dem Kühlschrank. Der Teig ist von Sanella, die Idee ist von mir. Ist es schon so weit? Dieses Mal wird er noch besser, noch vollkommener. Sein Gesicht wird perfekt und er bekommt einen Hals. Hier ist noch kein Nater. Der Opel Couser mit neuem Drei-Zylinder-Motor. Irgendwann packt's alle. Schon wieder ein Schappi-Hund. Schappi, mit ganzen Bocken. Die richtige Mahlzeit für ganze Kerle. Tja, einfach mal zu bremsen. Guter Hund. Ein ganzer Kerl, dank Schappi. Ah, weißt du, wie kann man Pizza-Freunde randlos glücklich machen, eh? Ist Bistro Ciabattino. Was ist das erste Pizzabrot aus luftig-lockerem Ciabatta-Teig? Das schmeckt der Rand so gut wie Fudden. Bistro Ciabattino. Die Alternative zu Pizza. Neu und heiß und nur von Iglo. Bistro Ciabattino. Hier ist Barbara Elichmann. Mein Name ist Explosiv. Ich hänge die Ficken an. Ich finde das verdammt mutig von dir. Wir schalten jetzt live zu unserem Kollegen Iwan Fröschel ins Ruhwasser. SGBB 1 und SGBB 2. Du bist nicht mein Freund. Du bist Sven. Du hast recht. Du bist gar nicht schön. Du bist hässlich. Ich höre nichts. Ein weiterer Nachschließer-Kommentar. Cool. Switch Montagnacht auf ProSieben. Und es ist doch ein Unding. Gleich geht's weiter mit TV Today. Und daher werde ich morgen Mittag um 12 Uhr als Präsident zurücktreten.